Ich bin woanders, da drüben ist die Colorado Fluss, da drüben ist noch ein Fluss, aber das sind zu viel Leute. Das ist meine Ausrede, im Endeffekt kann ich einfach nur zu fit und will nicht umgehen. Das ist halt die Grand Canyon mit einer anderen Perspektive. Schöne Aussicht. Wir hätten auch den Heli nehmen können, aber es war auch 100 Euro pro Person. Dollar halt. Ja, es war ziemlich teuer. Aber die Aussicht hier lohnt sich auch.